so ihr lieben zurück zu einer neuen runde das chaos und wir machen weiter schnell 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 ja gar nicht groß aufhalten einfach weiter machen ja wie gesagt schon wie in der folge folge gesagt klar und ihr habt ja gesehen wenn ihr gut wir können uns jetzt noch mal hier hinter kloppen das werden wir auch machen aber sowieso leveln wollen die intendieber nicht hauen die sind hier der heilig ist die auch echt jetzt die homo nicht weil auch nur die heiligen sommer plus fest denn ich gehe davon aus dass es hier da so ist aufpassen wo wir auch einfach gehen neue geile ich greife oder an das ist ja nun was hast davon jetzt stehst du das hast du davon greif heili an die 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 dieser woche hatte nein kommt hier weh mal her vielleicht geben wir auch hier hans peter ja hans peter hat was sie wollen hans peter verfolgt mich diesmal in dieser aufnahme session auch wenn er nicht persönlich aber in schriftform auch hans peter du bist immer dabei ich bin auch noch hat den schaden kann es sein also ist hier eine solle schorke ist genau so hat wie oft schäumen wie es original es gibt es kohle und hier es gibt ja eine xp 1,6 haben 60 ja eigentlich schon werte wir haben doch alles drin hier hier drin xp getrennen aber kohle dem gehalten ja ich wollte ja noch mal gucken auf der da oben ist der schweinehund gehen wir brauchen und den post ich wollte ja mal gucken auf der noch da oben ist oder ist ja wie gesagt löst ja darauf ist und den braucht und ich würde ihn trotzdem gerne mal versuchen zu kennen vielleicht zählt ja doch aber steht ja auch wo wir brauchen ja waffen und sollte sich mal die questen noch mal durch gucken ich das war noch ja eine rüstungs quest kriegen ja quatsch eine waffen quest der hat nicht gezählt gut dann ist es ja schon mal nicht ich gucke bei der und aufnahme bau ist nochmal durch auch mal euch eine waffen quest und bekam es so vor als hätten wir noch eine waffe wir haben jetzt alle drei waffen alle drei bosse durch den linken bus das ist durch eine antrag der uns über die skills cloud was glaubt meine das geld und der andere der bringt mir stimmte mittel und dass wir ja rüstungs bus ja vielleicht so versteckt ich weiß es nicht keine ahnung wie sagt man das spiel spielt bitte vor ein hauen da könnte ja keine videos gucken mit einem kommentar wäre sehr empfehlen ja doch wünschen wünschenswert würde ich mir so gerne wünschen weil die rüstung hatte ich doch schon warum machen und es sei denn dass der server packen ja jetzt muss man auch die krawallung mitnimmst du bist du bist du bin ich xp neun und wir hängen die ist dann ganz über die kleine maus ich habe keine ahnung wo der waffen muss sein soll ich habe keine ahnung nein ich will ich diesmal nicht ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung dann schreibst du mal bitte in die kommentare dass ich mir wünschen aber am ende sind wir dann 220 komm her aber so schnell werden wir nicht level ich warte dann mal bis also die nächste aufnahme wird dann eigentlich noch vor 10 aber ich warte mal vielleicht ist dann dort dann dann schon zeit dann geht es natürlich dann noch wir haben es kurz vor 10 ja wir haben jetzt noch sechs minuten neu 11 minuten bis um 10 ja wollte ich einfach mal ich wollte ich glaube bis um 10 vielleicht ist dann dann schon zeit und dann geht es natürlich unter level nur einfach bis 220 die rüstung hammer was mich noch interessieren würde wäre ich dann noch mal durchklicken zwecks ob wir sag mal gleich ob wir eine waffen quest haben ich möchte so gerne ich weiß warum nicht wo er ist ich möchte den so gerne kill was sollte ich sagen was wollte ich sagen ach so ja wenn das video hier rauskommt und stopp ja da kommt ja ja das war jetzt schon da ja danach kommt ja also nächsten tag halt kommt ja déjà vu lc wahrscheinlich ist sind das dann die letzten zwei videos erfahrt ihr dann mehr in den videos warum wieso weshalb also ich meine gut die ganze sache ja es ist doch nichts mehr los ich bin dann ich bin dort immer alleine also ich bin der der online ist wenn ich videos aufnehmen und das server 1 ist auch schon eine weile jetzt offline also channel 1 ist offline und ja ich ersetze dann in den videos wo ein ich kriege den dc oder was warum was ich glaube ich muss mich mal dann neu einlocken warum lag das hierzu ja bitte kein doch auch das server lag ja ich bin da alleine und jeder macht es dann wirklich spaß bist du ja selber und dazu erfordert dann in den zwei videos ich glaube dann am freitag mehr freitag kommt das raus wo ich dann darauf näher eingehen könnt euch hat dann rein anschauen und wir haben gerade stillstand stillstand jetzt geht's mit den jetzt los event zu enden auf immer hängt doch so ja gut genau da auf vater leeres wochen diese seien kriegt man eigentlich hatte ich nicht die so oft gemacht hier im club und krieg hatte ich den nicht oft gemacht den club ich hatte geht doch ich guck mal nach ich guck mal her und offen habe also wie es hat wir so ja dann wir auch mal neustadt machen vielleicht nichts auch bei meinem internet und wollen wir haben gut oder was muss ja nicht immer gleich an den server liegen haben wir auch schon eine war jetzt läuft es bitte kann das so sein dass ich weil ich das schon wie vorhin gespielt habe das loch ja manchmal ist das so übergreifend von lc auf lc dann hast du da ein haken drin und wie ich ein auto jetzt und dann machst du das andere lc an und dann ist der haken da auch auf immer drin ja ich würde sagen wir machen gehen ja jetzt die bock der bock der bock der bock der bock der stadt wir machen wir machen wir machen das ist gut dann läuft doch stehen man ausseht was passt ja ja zurück ja ihr lieben da wo die sache machen wir hier gleich hat machen dann unter nächsten folge weiter hoffe hat euch spaß gemacht ansonsten mega daumen für euch und tschüss